Die erste Hochrechnung und wir werden uns natürlich hier weiter melden an diesem Abend im Schleswig-Holstein-Magazin, aber auch später nach der 20 Uhr Tagesschau. Aber jetzt ist erstmal Zeit für das und für Hinnerk Baumgarten. Ja, Dankeschön Susanne. In etwa 10 Minuten gibt es dann hier bei uns auch nochmal die neuesten aktualisierten Zahlen. Zu Gast auf dem roten Sofa ist heute aber auch jemand, der zumindest Zweitwohnsitz Schleswig-Holstein hat und den wir heute auch mal tatsächlich als, na ich sag mal als Rocker tatsächlich erleben werden. Sehr ungewohnt, sehr überraschend. Rolf Zukowski ist da. Geht jetzt los. Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Hallo zu DAS. Wir sind wie immer auch am Sonntagabend live aus Norddeutschland. Generationen haben seine Lieder gesungen.